Salam alaikum und alaikum salam liebe Freunde, ich bin's, euer Wakayashi und das sind die Videopatchnots vom 26.09.2023, es wird wild! Nun, heute ist Dienstag und nicht Mittwoch und nächste Woche findet auch kein Patch statt, das liegt an, ja, aufgrund von Feierlichkeiten in Korea, ja, daran liegt es und deswegen haben wir heute auch den Patch, also, das heißt, wir haben für die nächsten zwei Wochen diesen Patch, den wir jetzt haben, wir gehen wie immer durch Events, dann, ja, Per Shop, EU Patch und dann Korea Patch, nur mal ein kleiner Appell an eure Herzen, Leute, aktuell haben wir hier ein Giveaway vorbereitet mit World of Tanks, ne, da könnt ihr euch mit dem Link unten in der Beschreibung registrieren und das erste Zufallsmatch machen, wenn ihr das gemacht habt, schickt mir gerne im Discord, Discord-Link ebenfalls unten in der Beschreibung, ein Screenshot von eurer Match History, wo man auch euren Namen erkennt, dann nimmt ihr automatisch an dem Giveaway teil, ne, bei 99 beziehungsweise bei 100 Registrierungen sind wir bei 250 Euro Giveaway, die ich am 4. Oktober, das heißt also Mittwoch, nächste Woche verlosen werde, ja, das wird wild, Leute, wenn wir außerdem die 100 erreichen, hat Dragonskull, ein Zuschauer von mir, nein, ehrenhafter, gesagt, er haut 10 Sub-Gifts nochmal on top an die Community raus, also, äh, doppelte, äh, Motivation für 100 Registrierungen, also vielen Dank schonmal an die Herzen, die es mitmachen, kurz geht raus. Also, Event Nummer 1, äh, Woche der Erde, wir haben hier Bossunterwerfungen, äh, also Black Shrines, ne, wenn ihr dort einfach einen Boss der Erde tötet, bekommt ihr nochmal beim Schwarzgeist eine, eine extra Quest und damit auch einen extra Beutel, woraus ihr solche Sachen droppen könnt, ne, lasst euch nicht davon beten, das meiste, was man da droppt, ist nicht so gut, ne, also außer die Kirinskristalle, die droppt man sehr gerne. Gut, dann, Beuterate plus 100%, Leute, es, äh, klingt, äh, zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wirklich so, Leute, ja, also, wir haben jetzt insgesamt nicht 14, sondern 15 Tage, weil wir heute Dienstag haben, haben wir den Patch nicht bis nächste Woche Mittwoch, sondern bis überneute Woche Mittwoch, das heißt, also, wir haben einen Tag mehr, 100% Drop-Event, geil, 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 100% Drop-Event. Okay, Event Nummer 3, seht euch die Bären an, das ist ein, äh, ja, Lifeskill-Event, das heißt, ihr bekommt, äh, so, beim Sammeln und beim Anbauen diese Items, die ich jetzt euch vorstellen werde, ja, also, wenn ihr Sammeln geht oder wenn ihr Anbau betreibt, bekommt ihr mit, äh, ja, gewisser Chance knuspriges Reißkonfekt und wenn ihr das erhaltet, erhaltet man das direkt als unsichtbares Item und dann entsteht daraus dieses Event, wo der Bär spawnt oder muss man da nochmal rechts draufklicken, das bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ist, denke ich, sehr selbsterklärend, wenn man es sieht, äh, dann kommt auf jeden Fall so ein Bär und wenn ihr diesen Bär tötet, der muss dann halt innerhalb von zwei Minuten getötet werden, ansonsten verschwindet der nämlich einfach und wenn ihr ihn dann tötet, bekommt ihr hier einfach nochmal ein paar, äh, ja, Lifeskill-Items, ne, Urgeichstaub, Schwarzjuwel, Bärenblut, Bärenfell, Bärenfleisch und so weiter und so fort, ne, also lohnt sich, den mitzunehmen, wenn ihr das machen solltet. Gut, es gibt ein neues, äh, Kostüm für ein paar weibliche Klassen, ne, das ist das hier, das ist jetzt für die Dracania speziell und dazu gibt es, äh, im Zusammenhang damit, äh, ein kleines, äh, Screenshot-Event, Radraken heißt das Ganze und wenn ihr damit halt einen Screenshot macht in der Konvention, äh, wie es hier steht, ne, nach diesem, äh, ja, nach diesem, nach diesen ganzen Vorlagen hier, könnt ihr das hier gewinnen und das bekommt jeder von euch, wenn ihr mitmacht. Also schaut euch gerne den Link unten in der Beschreibung an, ich werde alle Links natürlich wie immer unten in die Beschreibung mit reinhauen. Wenn ihr euch das Kostüm kauft, könnt ihr da mitmachen, wenn nicht, juckt sowieso nicht. Gut, Per Shop, Per Shop in der EU, also, zuallererst, äh, haben wir hier, äh, komische, ähm, Scam-Angebote, ne, also, 100 Euro aufladen, wir bekommen sowieso die 1500 wie immer, ne, und hier bekommen wir zusätzlich zwei mystische Cron-Bundles und ein Event-Auswahlkiste sieben Tage, kann man selbst bauen oder geimes Buch oder so und sonst was, ne, finde ich schwach, also, das ist jetzt keine Motivation für mich jetzt 100 Euro aufzuladen, das gleiche gilt auch für 200 Euro, ne, da haben sie einfach nochmal wieder die zwei seltenen Cron-Storm-Bundles reingehauen und ein 10%-Rabattgutschein. Digga, 200 Euro, haut mal da mindestens 20% raus. Was ist da los? Was ist da los, Alter? Was soll ich mit 10% anfangen? Ne, das lohnt sich nicht. Ne, ne, sorry, aber, ne. Dann Radraken, das neue Kostüm für ein paar weibliche Klassen und zwar für, äh, folgende Klassen. Wir haben Nova, Dracania, Valkyrie, Guardia. Sieht ganz schick aus, muss ich sagen, aber, ja, das ist ein, äh, regulärer Preis. Wenn ihr darauf schwitzt, dann wartet damit ein bisschen ab. Hier gibt das Ganze nochmal, ähm, äh, in einem, in einem Angebot, ne, 10% günstiger, wenn ihr zwei statt eins kauft und ihr bekommt halt auch mit dem Kostüm Titel, aber ja. Gut, dann haben wir die ersten Angebote zu Artisans. Also, die Artisans wurden ja um 50% reduziert vor zwei, drei Wochen, ne, regulär kosten sie ja jetzt nur noch 2000 Pearls für 100 Artisans statt 4000 Pearls. Das heißt, wir zahlen jetzt nur noch grundsätzlich 20 Pearls pro Artisan, was vorher eigentlich ein gutes Angebotpreis war. So, das heißt also, hier bei diesem ersten Angebot zahlen wir genau den gleichen Kurs, aber wir bekommen hier noch ein paar Bonus-Mats. Nicht ganz interessant, hier wird es jetzt interessanter. Hier zahlen wir nur noch 3600 Pearls für 200 Artisans und für weitere Bonis. Also, da fängt es schon an, dass die Artisans im Sale weniger als 20 Pearls pro Artisan kosten. Ich bin gespannt, wohin das noch führt. Also, wenn ihr euch für Artisans entscheidet, dann auf jeden Fall für das Angebot 2. Das Angebot 1 würde ich eher skippen. Ja, dann gibt es Angebote für Tayas Kugel, ne, wenn ihr eine Fee habt. Und ich rate euch nur bei T4 diese Dinger zu benutzen, weil die sind einfach viel zu teuer. Die kosten regulär 250 Pearls das Stück und hier haben wir hier direkt 20 Stück für 4500 Pearls. Die würden 5000 regulär kosten. Wir bekommen hier noch ein paar extra Bonis, aber lohnt sich jetzt nicht wirklich. Hier gibt es das ganze Angebot nochmal mit 20% Rabatt. Da habt ihr dann 40 dieser Kugeln. Nimm mal so, ich habe damals für meine Fee 155 Euro ausgegeben, damit ich sie so habe, wie ich sie jetzt habe. Aber, habe ich es bereut? Nö. Ja. Würde ich es wieder machen? Ja. Und ich hätte mich über so ein Angebot gefreut, ehrlich gesagt. Also, wenn ihr da struggelt, ist es ein gutes Angebot. Ist natürlich teuer, aber, Digga, ich hätte mir halt zwar nie sparen können, wenn ich das Angebot damals gehabt hätte. Ja, dann gibt es ein Angebot zu Pets und damit, das ist auch so ziemlich das Beste, was ihr haben könnt hier in diesem Patch. Also, wir haben für 1650 Pearls einen fantastischen Drachen. Der hat auch als, ja, passive Kampf-XP. Das ist damit auch das einzige Pad, was Kampf-XP hat. Und ihr habt hier die Chance von T1 bis T4 das Ding zu ziehen. Eine 60-prozentige Chance, dass ihr T2 zieht. Das ist damit die höchste Wahrscheinlichkeit. Also, das ist ziemlich gut für 1650. Nur mal so ganz kurz, ne. Ich weiß, ihr wollt das sicherlich nicht hören, aber damals habe ich mir das Paket einmal gekauft. Damals war das Paket auch ein bisschen teurer. Und ich habe, luckily, das hier gezogen, die 8%. Ich habe einfach ein T4-Pad gezogen für 2000 Pearls oder so war das damals. Also, ganz krank. Ich wollte damit nicht rein-jabaten, aber war eine gute Investition. So, dann haben wir jetzt nochmal zwei, nee, drei Rare Pads für 2200 Pearls. 1100 ist der Regulärpreis für einen Pad. Hier haben wir gleich zwei Pads, drei Pads für 2200 Pearls und das sind Rare Pads. Wir wollen Rare Pads haben, Leute. Wir Grinder wollen Rare Pads, ja. Lifeskiller, die wollen Classic-Pad haben, weil die als passive nun mal diese dreckige Arbeits-XP-Erhöhung haben, ja. Aber wir als Grinder wollen Rare Pads haben. Denn, was für Rare Pads gibt es? Es gibt zum Beispiel den Iceband, der die Traglast erhöht. Es gibt Pads mit Beuterate-Erhöhung. Ja, okay, als Lifeskiller-Pad gibt es auch noch Eagle und Lama, die auch für Lifeskiller ganz gut sind, aber die wollen wir auch haben als Grinder, ne, für etwaige Zwecke. Dann gibt es ganz viele verschiedene, ja, Kostüm-Angebote für 10% Rabatt. Das sind Outfits-Klassiker, also ohne Waffenskins. Alles mal Wischi-Waschi. Dann gibt es noch ein paar, ja, Angebote für Familieninventar. Sowohl Traglast als auch Inventar-Erweiterung, ne, kostet ein bisschen weniger. Ne, hier haben wir 15%, ich glaube 15% ist das Höchste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich glaube 10% wollen wir mal Gang geben, aber, ja. Ja, 20% Rabatt auf Lagerplätze aller Wahl, also jeder Stadt, aber das ist auch schon alles, ne. Also die Pads sind ganz nice. Das zweite Artisan-Angebot ist ganz okay. Das zweite Tire-School-Angebot ist okay. Und ansonsten, ja, EU-Patch. Ich würde ehrlich gesagt euer Geld einfach mal sparen, Leute. Und dann einfach komplett mit allem, was ihr habt, mit Haus und Familie, reingehen zu der Black Friday-Woche, ja, im November. Versucht bis dahin durchzuhalten, Leute. Stay strong, ja. Spart euer Geld und schallert dann da alles rein. Die werden, die bereiten irgendwas Großes vor. Ich spür's, Digga. Ich spür's. Mein kleiner, mein kleiner Bazar-Händler in mir sagt mir, da kommt was Großes, ja. Gut. EU-Patch ist wirklich sehr übersichtlich. Wir haben, ähm, ja, einen Gilden-Skill, der, äh, ja, alle Member zu den Gilden-Leiter ruft, ne. Der ist eigentlich auf 11 Stunden Cooldown ausgelegt. Der hat jetzt nur noch 4 Stunden Cooldown. Dann haben wir Buffs für verschiedene Klassen und einen Nerf für eine ganz besondere Klasse. Also, Schwarzmagierin, also die Sorg in Succession, wird gebufft, ja. PvE-wise, PvP-wise, die ist einfach geisteskrank jetzt, also ich, ich, ich weiß es nicht, aber es liest sich sehr, 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 sehr krass. Musa Awakening wird ebenfalls gebufft, ja. Dann haben wir Striker Awakening, wird ebenfalls gebufft, ja. Äh, dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir Dracania Succession, wird ebenfalls gebufft, ja. Und Musa wird genervt, ja. Weg damit. So, Magie-VK-15, verliert sie, ja. Die hat keine Magie. Das heißt also, ihre VK-Reduzierung, der, der DP-Shred, den sie hatte vorher mit 35, minus 35, ist jetzt nur noch minus 20, statt minus 35. Äh, das ist aber nur eine Änderung für PvE. Im PvP behält sie den Buff, das heißt, im PvP stacken weiterhin diese DP-Shred miteinander, also minus 20, minus 15, aber who cares about PvP, ne, Leute. So, dann haben wir ein paar Changes für Ozeanien, ja. Wir haben jetzt, äh, äh, Segel, Segelboot und Fregatte können wir schneller bauen, ja. Braucht weniger Mats und so weiter und so fort. Das ist aber alles so uninteressant, weil wir uns diese Schiffe einfach kaufen. Dann für Red Battlefield gibt es ein paar Changes, äh, ne. Dieser Strong Protection-Effekt, den man am Anfang bekommt vom MBC, der hält nicht mehr so lange und, äh, das ist, das ist alles ganz, ja. So, Secret Song aus Sikraya ist jetzt stackbar. Miromok Offen, also Offen, ist aktuell deaktiviert worden, wird temporär nicht erscheinen. Das heißt also, um 16 Uhr braucht ihr heute nicht drauf geiern, ne, keine Federn für uns. Der wurde letzte Woche in Korea angepasst, ne, dass er jetzt, äh, nur noch zwei statt vier Targets hat und dementsprechend wurden auch die Chancen der, äh, der Loot-Items verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Äh, zum Beispiel auf Federn war dann die Chance doppelt so hoch wie vorher, damit das Ganze ausgeglichen ist. Aber der wird bei uns in der EU erstmal für eine bestimmte Zeit nicht erscheinen. Ich denke mal, in zwei Wochen, wenn der nächste Patch kommt, sollte es wieder losgehen. Dann haben wir, ähm, ja, Post- und, ja, Not-Wars-Siege-Wall-Flagge des Lebens kann jetzt wieder removed werden, ne, da muss man nicht zerstören. Dann, äh, dann Wiederbelegung für Außentor und so weiter, das ist aber auch nicht so ganz interessant. Und dann der Zweisitzer-Skill. Wenn ihr also bei jemandem aufsteigen wollt, ne, als, äh, Gast, dann hattet ihr ja einfach nur R gedrückt. Das ist jetzt, äh, ja, ersetzt worden durch Shift-R. Damit man, wenn man beim Not-Wars-Siege-Wall an dem, äh, Vorratslager steht und auf R drückt, nicht auf dieses scheiß Pferd steigt, sondern damit man auch in den Laden was kaufen kann, ja. Das ist ja auch eigentlich, ehrlich gesagt, alles schon für den EU-Patch. Und damit kommen wir jetzt ganz kurz zu einem Exkurs nach Korea. Was ist neu? Wird hier schon direkt gefragt. Also, in Korea gibt es heute richtig geilen Content und das wird bei uns erst in zwei Wochen erscheinen. Sehr wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung. Also, wir haben ein neues Gebiet in Olokita, ja. Und zwar wird es hier übersetzt mit dem Google-Übersetzer Schlafzimmer des dunklen Anhängers, ja. Das ist natürlich Quatsch, das wird bei uns nicht so, äh, heißen. Aber die Monster sehen auf jeden Fall krass aus. Äh, es ist ein High-End, äh, Super-High-End-Spot. 730 Gearscore, 310 AP required, 420 DP required, äh, und, ja. Ja, vorher war es so, dazu kommen wir gleich. Also, was können wir bei diesem Spot etwa droppen? Äh, hier grinden die Koreaner ab sofort die Arthur-Schuhe. Das letzte Teil der Rüstung, des Rüstungs-Upgrades. Dafür braucht man die Flamme der Resonanz. Man kann sie bekommen durch 100 dieser Glut des aufsteigenden Echos. Und wenn du das dann entweder direkt droppst oder über die Glut craftest, kannst du dann die Schuhe craften, ne. Je nachdem, hast du Muskan, gehst du zu den grünen. Hast du Urogons, gehst du zu den blauen. Aber es gibt auch wieder eine Quest, mit der du das Ganze wechseln kannst für 200 dieser, äh, Scorch-Fragmente. Ja, ähm, die Schuhe haben erstmal, äh, wieder grün für Evasion, blau für DR, ne, wie immer. Und dann haben wir eigentlich gehabt, schließe die Hauptquest im Olokita-Gebiet ab. Dieser Zustand scheint von Dur-Gebiet gelöscht worden zu sein. Wer auch immer Dur-Gebiet ist, wer auch immer auch das jetzt hier entschieden hat, ob das temporär ist oder ob das permanent so ist. Aber scheinbar, wenn ich das richtig verstehe, kann man diese Schuhe auch ohne Main-Quest dann einfach direkt craften, wenn man die Flamme hat. Ja, das ist aber noch nicht alles, Leute. Das ist noch nicht alles. Und zwar gibt es in dem, in der Schlafzimmer, äh, auf dem Schlafzimmer-Spot noch ein neues Item. Und zwar nennt sich das Ganze Kavuas Relikt, ja. Das ist ein neues Relikt im Global Lab, letzte Woche Freitag, hatten wir das schon gesehen. Und zwar hatte das nur folgende Bonis. 20 Monster DR, 100 Max HP, 75 Max Ausdauer. Heute haben sie sich entschieden, mal spontan 7 Monster AP da rauf zu packen. Nur mal so zur Erinnerung. Es gibt schon bereits Relikte mit Monster AP und Monster DR und Max HP, ne. Aber nur mal so, die Relikte, die wir bis jetzt haben, Monster AP plus 6 only. Monster DR plus 9 only. Oder Max HP plus 75 only. Und dieser Relikt hat einfach mal alles plus Schmalz plus extra Bonus. So, und das Ding kann man nur auf dem neuen Spot droppen, wo ihr 730 Gearskop braucht. Aber keine Sorge an alle Leute, die noch nicht das Gear haben, um dort grinden zu können. Das Ding ist auch verkaufbar, ja. Das Ding ist auch verkaufbar. Und zwar ist das Ding, ne, hier steht es, man kann es, äh, verkauft werden, bla bla bla. Und das Ding beginnt mit 5 Milliarden. Mit 5 Milliarden! Wir haben hier ein, ein Screenshot von meinem, äh, Mod, LaHonda, der hat hier schon, äh, das Ganze auf einem, äh, Twitter, äh, Post hier gesehen. Und hat gesehen, das Ding beginnt bei 5 Milliarden und das kann noch steigen. In Korea sind da 5, sind da 279 Priores auf 5,35 Milliarden. Jesus! Imagine, du droppst das Ding. Junge, 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 was geht da ab, ey? Okay, so, dann haben wir eigentlich, ja, noch ein paar Änderungen bezüglich Lifeskills, ne, du brauchst jetzt weniger Erfolge hier bei diesem Minigame, damit du auch dieses Mal 10 bekommst. Dann das Herz von Khan, ne, für Angriff und für Schutz wird gebufft. Wir bekommen jetzt beim Herz von Khan auf Zerstörung 2 extra, äh, Sheet-AP und beim, äh, DP, äh, Khans Herz bekommen wir 2, äh, DR, äh, 2 DP, sorry. Ja, das Ganze kann man natürlich auch mit wieder diesem, äh, Upgrade in Calphion, Elvia-Spots, äh, ja, verbessern und dadurch bekommt das Ganze dann, wenn es halt voll Upgrade ist, 2 AP, 4 DP. Und beim Dings hier, beim DP, äh, ist es 6 DP. Hatte ich gesagt, 1, 2 AP bekommen die, ne, sorry, die bekommen natürlich nur 1 AP, ne, also 1 AP und 1 DP. Die hatten ja vorher schon 1 AP und 1 DP, das heißt also, das Ganze wird einfach nur verdoppelt. Gut, dann, äh, können wir T3 und T4 Feenflügel tauschen, da konnten wir gegen Honigwein tauschen, jetzt kriegen wir ein bisschen mehr süßen Honigwein. Lohnt sich nicht, Leute, wer nicht für Federn geht, der ist delusional, ja, wer hier nicht die Federn holt, der ist einfach komplett gaga im Kopf. Ja, also, in Korea gibt es jetzt, äh, Symbole auf den Enhancing Items, äh, das, äh, koreanischen Symbolen entspricht, also man hat hier nicht mehr diese römischen Zahlen, ähm, 1, 2, 3, 4, 5, sondern man hat Chang, Wang, Go, Yu, Dong, äh, ja, 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 gut, Leute, das ist auch schon alles gewesen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Follow da, denkt an den, äh, Schmiggidi, Schmuggidi, Schmock, äh, World of Tanks, Link unten in der Beschreibung, ne, schreibt mich gerne in den Discord nochmal an. Am 4. Oktober wird das Giveaway, äh, direkt im Stream verlost. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß im BDO, viel Spaß mit zwei Wochen geilen 100% Drop-Events, ne, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen, ähm, ja, Radio-Stimmung, kommt gerne in den Stream rein, während ihr grindet, ich werde hier auch komplett durchrasieren, ja, Gegenstrich, ja, 100 Milliarden oder ich bin, oder ich sitze auf Flasche. Also, in diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Video oder zum nächsten Stream auf twitch.tv slash wackelhasche geht's weiter. Bis zum nächsten Mal.